Vielleicht fragst Du Dich gelegentlich, ist es das alles wirklich wert? Du hast schon einige sehr interessante Zeiten durchgemacht. Du hast Verletzungen, Wut und einschränkende Überzeugungen losgelassen. Du hast gelernt, Freude, Frieden und bedingungslose Liebe an ihre Stelle zu setzen. Du hast Negatives losgelassen, um Platz für Positives zu schaffen und bist in die intimsten Bereiche Deines Daseins eingetaucht, um Dein wahres Selbst zu finden und zu ehren. Du hast mit nahezu grenzenloser Hartnäckigkeit und Ausdauer gezeigt, wie Du zu dem Menschen geworden bist, der Du heute bist und dafür wirst Du gefeiert und bewundert. Selbst wenn Du Dich manchmal ganz allein gefühlt hast, stand das Universum Dir bei und hat leise Deinen nächsten Meilenstein erwartet. Also, ist es das wert? Das Universum wird antworten, Ja, immer. Ja. 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 Ja.